Mahlzeit! Willkommen bei Hugors Hobbys und dem 15. Türchen im Adventskalender 2022. Heute geht es um umgebende Tarnmuster, also Streifen oder Flecken, die ähnlich wie eben vorangegangen im Video zusammen vorkommen. Also hier haben wir mindestens dreifarbige Tarnmuster, sonst funktioniert das mit einem umgebenden Muster nicht. Ja, das Ganze funktioniert so. Wir fangen mal mit dem älteren Modell wieder an. Das ist eine Hornisse von Dragon. Wie immer bei einem deutschen Fahrzeug, das Ganze wurde zuerst in Sand grundiert. Danach wurden die grünen Tarnstreifen aufgetragen und die wurden nochmal komplett umrandet von diesem braunen. Das war ziemlich sicher ein Tarnmuster, das aus der Anleitung dieses Modells stammt von Dragon. Also vermute ich auch wieder ein Tarnmuster, das in irgendeiner Art und Weise historisch belegt ist. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Panzer, die so getarnt waren. Davon gibt es verschiedenste Archivfotos. Und bei manchen Nationen war das glaube ich auch häufiger, dass diese Art von Muster angewendet worden ist als bei anderen. In meinem Gedächtnis ist es zumindest so, dass man sowas bei Japanern und Franzosen relativ häufig gesehen hat, aber da bin ich jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher. Ich glaube im ersten Weltkrieg war das auch eine relativ verbreitete Technik. Dann bei häufig noch mehrfarbigen Tarnmustern mit vier verschiedenen Farben oder eventuell sogar fünf, weiß ich nicht genau. Ja, hier im Falle des Dragon Modells haben wir wie gesagt ein dreifarbiges Tarnmuster, wie es halt Standard ist bei den deutschen. Sandfarbene Grundierung, dazu braun und grün. Und fertig ist die Laube. Das ist eines meiner jüngsten deutschen Panzermodelle, was jetzt nichts zu heißen hat, denn es ist jetzt auch schon 15 Jahre oder sowas in meinem Besitz, ist also auch schon vor Ewigkeiten gemacht worden. Man sieht hier Lackabplatzer mit Panzergrau. Immer noch relativ grob. Und eine Alterung, die jetzt okay ist, könnte besser sein. Und jetzt sieht man erstmal nichts, weil eine Katze durchs Bild läuft. Wer meinen Instagram Account verfolgt, der wird wissen, wo die Katze plötzlich herkam. Hey Naomi, gehst du bitte aus dem Karton raus mit den anderen Katzen? Die kommt halt immer dann an, sobald ich meine Kamera auspacke. Ja, der Bausatz, wie gesagt Dragon, dementsprechend absolute Top-Qualität. Das sieht man vor allem an diesem ganzen filigranen Innenleben. Ja, also wir haben hier, das Bild wird gerade zu dunkel irgendwie. Mal gucken, ob ich das mal näher heranholen kann, was ich meine. Wir sehen da neben dem Geschütz, hier in der Ecke ist so ein Sitz, auf dem die Besatzung sitzen konnte, und da sind sogar die Sitzfedern wiedergegeben und solche Sachen. Ja, die Patronenkisten natürlich hier, also die Schränke für die Munition, konnte man offen oder geschlossen darstellen. Dafür lagen Foto-Edzt-Teile bei. Das ist schon wirklich, wirklich ein toller Bausatz gewesen. Ich weiß gar nicht, ob man sowas heute noch bekommt. Nashorn oder Hornisse von Dragon? Wahrscheinlich schon. Ist auf jeden Fall eine feine Sache, aber definitiv auch eher was für Fortgeschrittene. Ich glaube, mein Cousin hatte den Bausatz auch und ist daran so dermaßen verzweifelt, dass wir dann daraus einen Wrack gebaut haben, gemeinsam. Ich habe die Geländeplatte gebaut und er hat das Modell gebaut, weil er meinte, ne, das kriege ich nicht zusammen, das wird nichts. Ein weiteres Beispiel aus jüngster Zeit, ich glaube, das habe ich erst letztes oder vorletztes Jahr gebaut, der Stadion 4. Hier in diesem Fall kein historisch belegtes Tarmmuster, sondern ein völlig frei erfundenes. Dafür aber mal ausnahmsweise ein Tarmmuster, das ich mit Airbrush aufgetragen habe. Wir sehen hier die weichen Übergänge zwischen den Flecken. Gerade eben war das auch ein bisschen so. Aber halt, wie bei so alten Modellen üblich bei mir, trocken mit dem Pinsel aufgetupft. Und hier halt mit der Airbrush gemacht. Das Modell habe ich euch schon mal vorgestellt. Wie alle jüngeren Modelle, die entstanden sind, seit ich den YouTube-Kanal habe. Deswegen sage ich da vielleicht jetzt nicht allzu viel zu. Es ist ein neuerer Trumpeter-Bausatz, den man wahrscheinlich noch problemlos bekommt überall. Wie von Trumpeter üblich. Wenig Teile, dafür Top-Qualität, super Detaillierung. Ich liebe diese Firma wirklich sehr. Und ich finde das Tarmmuster auch irgendwie ansprechend. Man kann jetzt sagen, das sieht irgendwie doof aus. Kann ich verstehen. Irgendwer stört mich daran vielleicht tatsächlich auch selber ein bisschen, sonst würde ich das nicht immer sagen. Aber es war auf jeden Fall ein Experiment, das ich auch nicht unbedingt als gescheitert bezeichnen würde. Das ist schon sehr schick geworden, das Teil. Ja gut. Das war es dann aber auch hier an dieser Stelle. Wie gesagt, umgebende Tarmmuster. Dafür gibt es historische Belege. Aus verschiedensten Nationen, von verschiedensten Fahrzeugen und auch Geschützen und so weiter, wo sowas gemacht worden ist. Mit scharfen Kanten oder mit weichen Kanten. Ich glaube, da hat es so ziemlich alles gegeben. Ich glaube, aber es ist häufiger mit scharfen Kanten zu sehen. Gut. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal haben wir nochmal Tarnstreifen. Und zwar durchbrochene Streifen. Und dann gehen wir auch so langsam weg vom Thema Tarnstreifen. Und widmen uns anderen Tarmmustern. Wie zum Beispiel Netztarmmustern, so wie es hier eigentlich auch schon eins ist wieder. Aber auch noch weiteren Tarmmustern, die es so gibt. Also, bis morgen oder bis zum nächsten Video, welches auch immer das sein wird. Passt auf dich auf, Leute. Und bis dahin. Ciao, ciao.